Jo, was geht ab, Ladies and Gentlemen, es ist einfach geil, TV wieder weg am Start und diesmal mit dem Exo wieder mal. Guten Tag! Und erstmal vielen, vielen Dank für die 1111 Abos oder so mittlerweile. Also es ist auf jeden Fall insane. Nochmal vielen, vielen Dank an freeskins.me auf jeden Fall. Checkt die Seite aus für Giveaways und freeskins, logischerweise, wie der Name schon sagt. Heute, als kleines Special, hat sich der Exo auf jeden Fall ausgedacht und ein bisschen gesponsert. Und zwar hier seht ihr jetzt, was in der Exclusive Case drin ist. Eine Dragon Lore Medusa Hole, das wäre natürlich alles ziemlich lecker. Aber unter anderem halt auch irgendwelche 8-Skins, wie die Icarus Fell oder, keine Ahnung, die Knight. Da würden wir, glaube ich, auch schon Minus machen. Hot Rod, Masterpiece, kommt halt drauf an, welche Conditions die Dinger dann haben. Aber wir hoffen jetzt hier einfach mal, okay? Drei, zwei, eins und go! Wir haben einen Plus gemacht, oder? Ja, sogar einen nicht schlechten Plus gemacht. Bah, Alter, einen Plus gemacht, Jungs! Aber Blue Steel ist halt trotzdem übel eklig, muss man ja dazu sagen. Gucken wir uns das Ganze doch mal an jetzt hier, was wir haben. Ich glaube, man kann das auf der Seite auch nicht weiterverkaufen, weil sobald es nämlich einen höheren Wert hat als die Kiste an sich, kann man es nämlich, glaube ich, nicht resellen. Well-worn ist das Ding, Alter. Das wäre mal richtig Pimpernecks. Ähm. Immerhin ist es 226 Dollar. Soll ich es mal versuchen zu verkaufen? Na, ich würde es mal behalten. Behalten? Ja, lass doch mal bleiben. Okay, Jungs, dann akzepte ich das eben. Wir gucken uns das Teil in-game an. Und, ähm, ja, wir sehen uns dann gleich. See ya. 250, ey. Da haben wir aber fett Plus gemacht, wenn du mal rechnest, ich habe gerade nur 145 Euro gezahlt. Da haben wir einfach mal über 100 Plus gemacht. Ey, das ist heftig. Ja gut, und ein Easy Knife, Alter. Ich meine, ist zwar hässlich so, und Stat-Track, was eh niemand braucht. Okay, nachdem wir natürlich jetzt hier dieses Sick & Knife gezogen haben, machen wir jetzt einfach mal irgendeine andere Case auf. Welche gibt es denn hier? Na, die Random-A4. Guck mal, es gibt auch die Game Case, oder die Paper Case. Covered, covered in Knife, äh, Knives. Wollen wir das aufmachen? Ja, machen wir das auf. Ich meine, das kostet fast genau 10 Euro. Ja, mach auf. Okay, let's go! Blow? Okay. Komm, noch ein Knife, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, haben wir dick Plus gemacht, würde ich mal sagen. Ja. Das Ding können wir auf jeden Fall hier wieder sellen. Jetzt haben wir noch 1,17 Euro. Glaubst du, das reicht für den Case? Bin mir noch nicht so ganz sicher. Guck mal, ich glaube doch. Und da haben wir die da. Okay, komm, die hauen wir auch einfach noch raus, dann haben wir einfach nichts mehr. Let's go! Die wollte ich schon immer mal haben, Alter. Das ist gar nicht blöd, das ist. Okay, so, gut, Leute. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal Dankeschön für die 1.000, äh, Abos. Mittlerweile 1.100. Und Schlusswort geht natürlich wieder an den Exo. Yo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert uns. Und haut rein! Naja, sexy, Alter.